Der Bühne-Huber-Frontmann von der Patent-Achs-Notaren-Kultband in der Schweiz. Ihr seid sehr, sehr erfolgreich, wenn nicht die erfolgreichste Band. Bühne-Huber an so einem Openair hat es auch noch andere Stars rum. Wie ist das so? Ja, ich muss sagen, dass ich mich enorm auf einen Auftritt von Giovanotti freue. Das ist eine Band, die ich schon lange verfolgt habe. Hey, stopp schnell! Ist das nicht der DJ, Bobo? Oh! Sehst du den DJ? Nein! Kennst du den DJ, Bobo? Ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt. Was haltest du von so einer Musik, wie er jetzt zum Beispiel macht? Es ist nicht die Musik, die ich mache, aber ich finde ihn wirklich ein sympathischer Typ. Nein, das ist er! Das ist er! Doch, das ist er! Au, er hat doch keinen Schnall! Das ist der DJ, Bobo! Verstehst du? Wohl! Wohl! Was macht der da? Doch! Wer ist es? Hey, ich glaube es nicht. Nein, komm! Ich bin nicht... DJ! Bobo! Jetzt musst du mal an Orte schauen. Schau mal! Schau jetzt! Schau jetzt! Schau jetzt! Jetzt hat er ihn! Es ist er! DJ Bobo ist auch hier! Das ist jetzt wieder eine Berufsauffassung, oder? Wenn ich so auf einer Bühne gehe, weisst du was da passieren würde?